Musik Ein reinrassiger Pyrenäenberghund. Er ist zwei Jahre alt, mit Stammbaum. Der ist sanft wie ein Lamm. Gehorschaftswort. Der ist so gut wie nie. Ja, aber haben Sie nicht was Kleineres, Kompaktes? Papa, Papa, bitte den hier. Wie sagten Sie Eistel? Ramses. Ist das nicht ein hübscher Name? Sie wurden verprügelt. Ich habe das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Ich war in meinem Wohnwagen mit Bettina. Soll ich Ihnen jetzt im Detail erzählen, was passiert ist? Ich bitte darum. Wir haben gevögelt. Zufrieden? Bis dann! Bis zum nächsten Mal.